Was gehen wir denn, Tara? Was gehen wir denn, Tara? Ferien! Ferien! Juhu! So, wir sind jetzt am ersten Ort angekommen. Irgendwann in Italien und nach dem Po haben wir ein Plätzchen gefunden. Es war die Nacht, aber es war überall im Moment und jetzt sind wir hier ein bisschen am chillen, damit wir nach Ancona fahren können, wo es die Ferien geht, nach Kroatien. Wo ist Theo? Ach, 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 ach! Jetzt wird ein bisschen Theodor Knuckeligkönig. Hi! Theo, wo gehen wir jetzt hin? In Italien. Wo gehen wir hin, Theo? In Italien. In Italien. Jetzt sind wir in Italien. Und wo gehen wir noch hin? In Kroatien. Kroatien, genau. In Italien. Hier ist ein bisschen. In Italien. In Italien. In Italien. In Italien. In Italien. Wir haben hier eine sehr schöne grosse Kabine, die grösste war. Man sieht es jetzt hier ein wenig, ja. Theo hat mir vorhin immer noch knapp erlaubt, dass ich mit ihm zusammen in sein Bett darf. Wo ist er eigentlich? Ah, hier ist der Theo. Gefällt der Kabine? Gefällt es ihm das Schiff? Das Schiff? Das Schiff? Es ist nicht überhaupt nicht, es ist alles Züphごl! Der Baum ist 3 Kilometer, sondern sie da in 7 Minuten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es ist so schön, ja? Wie ist es, Willem? Ich bin da! Oh, ich bin da! Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Es ist so schön, ja? Wie ist es? Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da!